Hallihallo, ich bin Charlotte, eine Flötenspielerin und heute lernen wir zusammen ein Lied mit drei Tönen G, A und H. Kleines Lied heißt es. Ich spiele es mal vor. Ja, das ist gar nicht schwer. Der erste Teil geht so. H, A, G. Das wiederholt sich nur, dass die Töne doppelt kommen. H, H, A, A, G. Das können wir schon mal spielen. Nicht so schwer, oder? Und danach kommt der Teil, der ein bisschen schwieriger ist und zwar H, A, G, A, H, A, G und zurück A, H, A, G. Okay, wir spielen es mal langsam. Jetzt bist du vielleicht nicht mitgekommen, dann üben wir mal diese Stelle ganz oft. Ich spiele mal einfach mit meinen Fingern mit. Ich spiele mal einfach so. Bist du mitgekommen? Hast du es geschafft? Wenn du nicht mitgekommen bist oder wenn du es noch weiter üben möchtest, stellst du das Video langsam und dann kannst du es nochmal üben in deinem Tempo. So, jetzt spielen wir das Ganze mit. Erst H, A, G, H, H, A, A, G und dann kommt der Teil da, 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 da und endet mit H, A, G. Okay? Eins, zwei, drei, vier. Und nochmal. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen netten Kommentar unten. Und über einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Du kannst meinen Kanal gerne kostenfrei abonnieren. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.